Kommunalwahl 2020 bei Report Kölns Internetzeitung. Zu Gast heute ist Sigita Gelbach von der SPD, tritt an für den Stadtrat in Köln, ist dort Listenplatz 28 der Ratsreserveliste, ist kandidiert für den Indigationsrat und ist ebenfalls Kandidatin für die Bezirksvertretung in Porz. Hallo Frau Gelbach, stellen Sie sich doch bitte einmal unseren Leserinnen und Lesern vor. Erstmal vielen Dank für die Einladung und die super Chance, sich gerade als jungen Kandidaten vorstellen zu dürfen. Wie Sie sagten, mein Name ist Sigita Gelbach, ich bin 31 Jahre alt, bin Beruf Gesamtschullehrerin, habe bereits in einigen Gymnasien aber unterrichtet und werde jetzt neu an einer Gesamtschule arbeiten und komme aus Porz und wohne am Kringel. Wie sind Sie zur Politik gekommen? Was hat Sie überzeugt zu sagen, ich gehe zur SPD, das ist so meine Partei? Also Politik war etwas für mich, was ich dachte, das ist etwas für Leute, die ganz viel im Leben erreicht haben, die ganz viel wissen, die auch deutlich älter sind. Ich habe, mit 13 Jahren bin ich erst nach Köln, nach Deutschland gekommen und das Verständnis von Politik fing hier für mich in der Klasse 6 an, als wir noch irgendwie nach Parben, Schwarz und Rot und Grün die Parteien aufgemalt haben und ich erst mal alles ganz neu lernen musste, wofür steht welche Abkürzung, was machen die überhaupt? Und dann, aha, es gibt Bund, Land und Kommune, denn ich komme aus Litauen, wir sind ein sehr, sehr kleines Land, wir haben gerade mal unter drei Millionen Einwohner, das heißt, da funktioniert die Politik auch ganz anders. Also ich habe das alles hier neu gelernt und habe mir das auch nie zugetraut, was soll ich denn da in der Politik? Erstmal bin ich irgendwie Ausländerin, habe da ja irgendwie nichts damit zu tun. Ja, und mein Leben hat sich sehr stark verändert in den letzten Jahren. Ich habe geheiratet, habe inzwischen sechs Kinder mit meinem Mann bekommen. Er war immer sehr stark politisch engagiert und erzählte mir zu Hause ganz begeistert von Ortsvereinstreffen, was er da erlebt hat. Und dann, Moment mal, da komme ich doch mal mit. Und so fing alles an. Ich bin erst 2018 in die SPD auch eingetreten und habe aber direkt von Anfang an sehr aktiv mich engagiert, habe mit allen möglichen Gremien angeschaut, was macht die SPD, wofür steht sie, passe ich da rein, wie kann ich mich auch da nützlich und sinnvoll einbringen. Und hatte wirklich eine sehr, sehr schöne positive Erfahrung, denn als ich ganz alleine auf einer SPD-Veranstaltung war, da ging es um das Thema Bildung, habe ich festgestellt im Zuschauerraum, ach, ich könnte jetzt auch genauso gut was dazu sagen. Ich kenne das, ich weiß es, wie es ist, ich habe in der Schule gearbeitet, ich habe noch nach dem alten System Staatssexamen studiert und so kam das zu. Also diese auch, ja, auch der Mut vielleicht zu sagen, ich bin zwar jung, aber ich habe auch durchaus etwas dazu beizutragen und kann auch inhaltlich dazu was sagen. Schauen wir mal auf Ihren Wahlbezirk. Was würden Sie sagen, ist positiv in Ihrem Wahlbezirk und was ist negativ, was würden Sie gerne ändern, so zwei, drei Beispiele? Finde ich toll, dass Sie auch fragen, was positiv ist, denn oft orientiert man sich gerade an den Problemen. Ich versuche das zu verknüpfen. Eines der negativen Sachen, worüber sich auch viele natürlich zurecht beschweren in Urbach, sind, wir haben dort vier Spielhallen und direkt anschließend positive, wir haben ein sehr, sehr schönes Café, hat jetzt dort aufgemacht auf einer der Terrassen und der Gedanke dahinter auch eben, wie werten wir unseren Stadtteil auf. Also es ist auch eine der Sachen, die Vision, wo sehe ich meinen Stadtteil, meine Veedel in zehn Jahren, wie, was kann ich dazu beitragen und diese eben Aufwertung nach außen. Und das, was man unter das Empfehle, sich wohlfühlen und das Lebenswert zu machen, vor Ort für die Menschen unterschiedliche Angebote zu haben, das ist jetzt so ein Stück gerade nach der Corona, als es auch gerade das Pronomen so schlecht ergangen ist, freut uns das umso mehr, dass da jetzt jemand Neues ist. Kommen wir zu Ihren fachpolitischen Schwerpunkten. Welche sind das? Wo sehen Sie sich selbst? Da möchte ich was erinnern, was sind so meine Schwerpunkte? Wo ich etwas verändern möchte und auch was verändern kann, das ist eindeutig Sozialpolitik, Familienpolitik, Integration auch. Auch Thema Bildung, Sie sind Gesamtschullehrerin. Es fehlen 54 Schulen in Köln. Was ist denn da Ihr Konzept zur Verbesserung? Die Konzepte stehen schon fest. Wir haben zum Beispiel vier Neubaugebiete. Im Falkenhorst entsteht etwas, an der Friedenstraße, in der Fuchskaule. Und es ist allen klar, da sind alle Parteien auch d'accord, wir brauchen in Porz eine weitere Grundschule, mindestens eine weitere Grundschule, jetzt in Bezug auf meinen Wahlkreis. Und jetzt wird eben ausgehandelt, wo entsteht diese Grundschule, was ist der beste Platz für Anwohner, für alle, für die Erreichbarkeit und für die Infrastruktur. Also der Schulentwicklungsplan ist eben dann der Leitfaden, an dem wir uns orientieren. Und da sprechen wir auch von einer Gesamtschule und einem Gymnasium. Und bei der Bebauung, bei den Bebauungsplänen ist das also alles mit, fließt mit ein. Und da ist es besonders wichtig, dass dann eben im Stadtrat ja auch Leute sind, die auch daran denken, was heißt das für die Verkehrssituation und versuchen, das möglichst ganzheitlich zu sehen und nicht ausschließlich jetzt sich darum kümmern, dass jetzt Wohnungen entstehen, sondern auch mitdenken, wenn wir eine Schule haben, brauchen wir da eventuell irgendwo in der Nähe ein Schwimmbad. Denn Schwimmunterricht ist auch ein Thema, laut Curriculum vorgegeben natürlich. Was muss noch gegeben sein und möglichst alle Faktoren berücksichtigen? Um das zu schaffen, sollten sich natürlich auch Experten zusammensetzen, beziehungsweise oder vor allem die Leute, die dort auch wohnen, also dass die ins Boot geholt werden, dass sie gefragt werden. Da sind Eltern, Pflegschaftsvorsitzende, da sind natürlich auch Schulleitungen, Anwohner und mit ihnen ins Gespräch kommen zu schauen, was brauchen wir hier. Brauchen wir hier eine Vollversorger? Brauchen wir hier noch eine Bäckerei? Was braucht ihr, damit dieses Neubaugebiet für euch auch lebenswert ist? In Ihrem Kommunalbauprogramm geht es auch um einen besseren Übergang von Kita zur Grundschule. Wie wollen Sie das gestalten? Ähnlich oder angelehnt an die Konzepte, die ich habe. Dadurch, dass ich jetzt selber auch eine Klassenleitung, Klasse 5 bekomme, setze ich mich natürlich sehr stark auseinander damit oder erlebe das im Alltag, in meinem Job. Wie gelingt der Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule? Und in den gleichen Fragen stellt man sich natürlich auch, wie gelingt der Übergang von der Kita zur Grundschule? Es ist jetzt ein besonders schweres Jahr. Alle Kinder haben irgendwie gefühlt ein halbes Jahr Unterricht verpasst. Ich stelle mich persönlich darauf ein, auf sehr besorgte Eltern und setze darauf, möglichst eng Kontakt zu haben, also wirklich die Kinder und auch deren Eltern abzuholen. Das ist, denke ich, was noch gerade im primären Bildungsbereich, also in den Kindergärten noch wichtiger ist, beim Übergang zur Grundschule. Also enger Kontakt zu Eltern, Austausch zwischen Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen, eventuell gegenseitige Besuchstage, gemeinsame Aktionen, wie zum Beispiel Kölle-Putz-Munter, dass diese schon gestaltet werden mit den Vorschulkindern, die dann vielleicht auch in die Grundschule schon mal gehen. Das schwebt mir so konkret vor und das ist auch etwas, ich habe halt sechs Kinder, die jetzt, die zweite wird jetzt eingeschult und jedes Jahr gefüllt ein weiteres. Und mir liegt selber natürlich auch sehr viel daran. Das heißt, ich bin in der Lage, die verschiedenen Ideen, die mir so vorschweben, auszuprobieren, heranzubringen und zu schauen, was funktioniert und wo fühlen sich auch die Kinder und die Eltern am meisten mit Wohl. Kommen wir zum weiteren Thema. Wir hatten ja gerade schon die Schulen. Thema Sanierung von Schulen. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Was denken Sie, was möchten Sie zuerst angreifen, um die Schulen zu sanieren? Wir sind natürlich alle jetzt sehr stark in dem Gespräch über das Thema Digitalisierung, der Digitalpakt. Was müssen die Schulen auch haben? Was hätten sie schon längst haben müssen? Und ich denke, aus aktuellem Anlass oder aus aktuellen Notlage heraus wird das das Thema sein, was als erstes angepackt wird, dass alle Schulen tatsächlich auch über WLAN verfügen. Und ein weiteres sehr wichtiges Thema im Zusammenhang ist auch die Europäische Datenschutzverordnung. Konkret, wie kommunizieren Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern? Was dürfen die Schüler zu Hause, was dürfen sie nicht? Und auch nochmal Medienerziehung, Medienbewusstsein. Benutze ich Medien sinnvoll? Was ist zu viel, was ist zu wenig? Also was Medien angeht, bin ich vielleicht auch ein Stück weit noch konservativ und hatte mir persönlich vorgenommen zu den Jahresvorsätzen weniger Handy, weniger Facebook. Und dann kam auch alles anders. Das heißt, auch da hat sich mein Blickwinkel durchaus geöffnet. Und dennoch ganz wichtig ist zu schauen, was ist sinnvoll. Auch gerade im Grundschulbereich ist das gut oder weniger gut, wenn Erstklässler schon Zoom-Konferenzen machen. Und was ist dann der pädagogische Gedanke dahinter? Mir ist es wichtig im Bereich Bildung, dass wir eben in erster Linie auf das Pädagogische gucken. Inwiefern bringt das oder inwiefern wirkt sich das positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes aus? Und dann, was brauchen wir für Mittel, zusätzliche Mittel? Denn Technik und Digitalisierung kann nur ergänzen, nimmt aber niemals oder kann niemals einen persönlichen Kontakt face-to-face ersetzen. Jetzt waren wir ja gerade schon beim Thema Kinder. Perfekter Übergang zum Thema Familie, was auch ein wichtiges Thema von Ihnen ist. Ich möchte noch direkt das Thema Wohnungen ein bisschen ansprechen, Familienwohnungen. Ist das Wohnen in Ihrem Stadtbezirk noch zu fairen Preisen möglich und wenn ja wo? Wenn ja wo, ich denke in Köln nirgends derzeit leider. Es ist tatsächlich nicht witzig, wenn man es, das ist sogar sehr traurig. Denn wir haben sehr viele bei uns in der Gegend, viele junge Familien, aber auch viele noch Häuser, die von Generation für Generation zum Beispiel vererbt werden, frei werden oder verauft werden, die sich dann keiner leisten kann. Also ich glaube unter einer Million in Köln ein Haus verwerben ist fast schier unmöglich. Das heißt konkret bei der Erstellung oder bei den Bebauungsplänen sollte man schauen, oder schauen wir auch als Partei, was ist da der Bedarf. Also wir haben es ja alle auf mindestens 30 Prozent sozial geförderten Wohnungsbau geeinigt. Aber es ist natürlich, die Nachfrage ist deutlich höher als das. Also viel mehr als die Hälfte der Menschen in Köln haben Anspruch auf Wohnberechtigung im Schein. Das heißt mit 30 Prozent decken wir das nicht ab. Und dann zurückbeziehen auf die Erläuterung von vorhin. Was braucht es, damit sowohl viele Wohnungen entstehen können, das heißt welche sind das Wohnungen, die eher für Familien sind oder Senioren oder zum Beispiel behindertengerechte Wohnungsbauung. Was muss denn da noch gegeben sein, damit das so ein rundum als Gesamtpaket, damit sich die Menschen dort wohlfühlen und auch gerne sind. Und eines der Probleme zum Beispiel auch, was wir im Ports haben, was ich vorhin kurz angedeutet habe, sind Schwimmbäder. Wir haben das Schwimmbad in Warn, was auch oder immer noch geschlossen ist, trotz Sanierung. Und ein Leerschwimmbecken in Ensen wurde geschlossen. Das heißt, die Vereine, die Schulen, die können da auch nicht hin. Und gerade Vereine leisten im Moment, trotz Corona und in der Corona-Zeit, enorm wichtige Arbeit im Bildungsbereich. Denn klar stemmen die Eltern ganz viel zu Hause. Ob Homeschooling und Homeoffice und brechen sich wahrscheinlich auch ein Bein heraus. Und da können wir nicht auf diesen Sektor verzichten. Wir können nicht einfach mal allen Sportvereinen keine Schwimmhallen zur Verfügung stellen. Das geht absolut nicht. Denn das nutzen dann sowohl der Rest der Familie und der Eltern, dass die Kinder schwimmen lernen, als auch der Schulen, die das brauchen und vorgegeben aufgrund des Lehrplans auch die Kinder unterrichten müssen, als auch natürlich die Vereine. Und das sind so Zustände, da kann ich sehr, sehr schwer hingucken. Jetzt haben wir schon mehrfach das Thema Corona angesprochen. Wie sieht es denn bei der Betreuungssituation derzeit aus? Man sagt ja immer, die Kita ist offen, jetzt können wir wieder alle Kinder abgeben. Wie sieht es aus Ihrer Meinung nach? Ja, das ist ja auch unsere Kita hat tatsächlich nach drei Wochen Ferien, also es gab Corona, dann zwei Wochen Kindergarten, dann wieder drei Wochen Ferien, hat seit gestern geöffnet. Ich erlebe das zu Hause. Drei Kinder sind noch da, drei sind im Moment im Kindergarten. Und dann kann ich die Kinder um 8 Uhr abgeben und habe sie um 15 Uhr abzuholen. Darüber hinaus sind ja alle unterschiedlichen Gruppen, das heißt aufgrund der Corona-Umgangshygienekonzepte, müssen die an drei verschiedenen Eingängen abgegeben werden, drei verschiedenen Ausgängen abgegeben. Für eine Familie mit Geschwistern bedeutet das eine Abhol- und Abhängabezeit von 20 Minuten. Das heißt, von diesen sieben Stunden bleiben vielleicht schon noch sechs Stunden pure Aufenthaltszeit. Ich muss selber um 8 Uhr natürlich an meiner eigenen Schule sein, bei meiner eigenen Klasse und habe drei Tage die Woche Langtag, das heißt eventuell bis 16 Uhr Unterricht. Wie soll ich das denn machen? Also, wenn man da nicht dran ist und die Sachen nicht jemand kennt oder nicht selber betroffen ist, hätte sich das für mich vor zehn Jahren auch angehört. Ach toll, die Kindergärten haben doch wieder auf, die Eltern sitzen zu Hause. Aber es ist ganz was anderes. Also, das ist noch so weit von dem entfernt, womit die Eltern auch rechnen. Und dann kommt häufiger so dieses Argument, ja, wozu habt dann ihr oder andere, wozu habt ihr denn Kinder, wenn ihr euch nicht darum kümmern wollt. Aber darum geht das nicht. Denn wir leben in einem Land, was solche Strukturen hat und bietet. Anspruch auf Kita-Platz ab einem mit dem ersten Lebensjahr. Und natürlich rechnen die Familien ganz praktisch und pragmatisch auch damit, dass sie davon Gebrauch machen können. Ja, und jetzt bricht halt alles zusammen. Und das sind tatsächlich die Familien dann aus meiner Sicht der meisten Leidtragenden, wenn wir von geschlossenen Spielplätzen sprechen, von keinem Training, was stattfindet, von allen sozialen Kontakten, die den Kindern wegbrechen. Wir wissen, dass einem Vierjährigen erklären, dass es nirgends, wo man hingehen darf. Dann ein wichtiges Thema auch noch im Thema Familien und Barrierefreiheit, auch in Ihrem Stadtbezug. Wie wollen Sie das verändern? Wie möchten Sie das viel besser gestalten? Auch, brennt mir unter den Nägeln, eine der ersten Sachen, die ich machen würde. Denn wenn man, oder wenn ich einmal selber halt den Doppelzwillingskinderwagen die Treppe hoch und wieder runter hieven musste und dann auf der Straße fahren musste, weil die Autos mal wieder auf dem Gehweg parkten und keine abgesenkten Bordsteine sind, also da nehme ich mit, dass sowohl für junge Familien als auch eben für Senioren, dann denke ich, da ist es doppelt schwierig, denn ich habe ja zumindest dann, irgendwie kann ich jemanden fragen, wer mir hilft, wie will ich das denn machen mit einem Rollstuhl oder mit einem Rollator? Da habe ich dann teilweise gar keine Möglichkeiten. Dann fallen mir die auch an. Also das sind so praktische Sachen. Und darum geht es mir in der Politik. Und das ist etwas, was ich jetzt erfahren habe. Politik ist nicht nur für Menschen, die irgendwie 40 Jahre Lebenserfahrung haben und dann in einem Bereich Experten sind, sondern Politik fängt dort an, wo ich den Weg nicht passieren kann, weil da, warum auch immer, Schlaglöcher immer noch sind nach zehn Jahren. Und jetzt haben wir auch einen Gehweg in der Nähe auf einen Antrag von der SPD saniert. Und da war immer eine Lache voller Wasser. Das heißt, die Kinder konnten gar nicht mit ihren Rollern durchfahren. Ich mit meinen Schuhen nicht durchlaufen. Das heißt, es ist im Ort. Was will ich im Veedel machen? Was will ich im Veedel tun für die Menschen konkret vor Ort? Und natürlich profitiere, ja klar, auch ich selbst damit, weil dann alle irgendwie zufriedener sind. Also wir können auch mehr miteinander auf das Positive überlegen, um zu schauen, okay, was läuft bei uns gut. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Also eben positiv zu gucken geht aber erst dann, wenn tatsächlich auch etwas Positives schon erreicht worden ist. Ein Blick auf Sie. Wie sehen Sie allgemein Ihre Chancen in allen drei Sachen jetzt? Wenn ich mir jetzt die Bilanz anschaue, in den letzten 16 Jahren meines Gegenkandidaten hängt von Ventim, was passiert ist in Porz und was nicht passiert ist. Und eben darauf blicke vor dem Hintergrund, dass er der Fraktionssprecher ist für den Sportausschuss und auch bei den Köln-Bedern im Aufsichtsrat sitzt. Dann ist das für mich nicht verständlich, warum in Porz keine Bewegung stattfand. Warum in Grängel-Ober-Elsdorf de facto nichts passiert ist. Und da denke ich, habe ich sehr gute Chancen. Denn ich spreche, ich packe die Sachen an, ich mache das. Also ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon viel erreicht und kann die Probleme klar benennen. und mit den Leuten auch ins Gespräch komme und mache Politik dann vor Ort mit einem Leben. Weil das auch mal lieben ist. Es wird spannend. Frau Gelbach von der SPD tritt an für die Bezirksvertretung, für den Stadtrat und für den Integrationsrat. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Danke für die Einladung nochmal.